Spannung und dann bitte bewegen, rollen und trotzdem im Chor bleiben. Tappi, du weißt, wo dein Chor ist? Nee. So, ja. Spannung, laufe ich schon rot an? Nein. So runter. Der Chor ist hier. Genau. Und dann leidst du bitte im Balance. Ich hätte es ja nicht dazutraut. Vielen Dank für das Kompliment. Rücken an die Wand. Chest ab, also Brust raus. Und dann bleiben wir im 90-Grad-Sitz zwischen den Niesen sitzen. Und dann darf das hier schon irgendwann brennen. Weißt du noch, warum das ein Gesprächsthema? Ich gebe mir jetzt gerade nicht die Blöße, ich kämpfe. Also ich könnte noch. Also sagen wir mal, bis zum Start. Tappi ist in Competition-Mode. Ja. Das ist die große Herausforderung. Oh, das ist jetzt so langsam. Dann ist es nach 30 Minuten, dann können wir wieder auf. Ich finde es toll, ja. Immer schön ausatmen, ja. Und ihr merkt schon, wir beide sind verheiratet. Mit dem Hampel machen wir das gerne mal richtig gut. Ja. 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 Ja.